In Folge 5 von Shotgun 2020 erwartet euch das große WXB World Tag Team Championship Match. Absolute Andy und ein Mystery Opponent gegen die Pretty Bastards. Außerdem geht's rund in der WXB Women's Division. Killer Kelly trifft auf Baby Allison. Und die Alpha-Lovers Kevin und Melanie sind zu einer Audienz geladen im Himmelsschloss bei Levaliol, um über Isel zu sprechen. Das und vieles mehr exklusiv auf WXB Now bei Shotgun 2020.